Warte mal, hier haben wir doch mittlerweile auch. Na, sag mal, rein mit dir hier. Fällten die hier einfach, eigentlich rausplomben zu wollen. Eigentlich brauchen wir die auch nicht, ne? Wir brauchen hier aktuell bloß, ich glaube, wir müssen nochmal neu züchten. An sich brauchen wir das so gar nicht. Muss ich mir was anmerken. Äh, warte mal. Ich nehme hier direkt mal alle raus. Ich packe aber welche unten rein. Pass auf, das machen wir jetzt. Zeig mal. Viel Spaß dann gleich bei den Preisen. Bei den Preisen? Bei den Preisen? Meinst du, die gehen jetzt richtig in den Keller, oder was meinst du? Pass auf, ich packe jetzt hier, hiervon packen wir nochmal 10 rein. Hiervon packen wir nochmal 6 rein. Und hiervon packen wir jetzt die 7 rein. Komm, so. Haben wir ein bisschen mehr gemacht. Wobei, wir können sogar eine Sache, glaube ich, schon herstellen. Was war denn das? Da, wir können... Oh, guck mal, das können wir höher machen. Energiemodul. Bringt uns halt jetzt nicht so viel. Tragbarer Wasser. Glippersteine. Wie spawnen die eigentlich wieder? Weiß man nicht so, ne? Ja, wir können das machen. Wir können das hier machen. Wir können aber auch den hier, glaube ich. Nee, warte mal. Für irgendwas brauchen wir hier... Zwölf Stück haben wir. Tankbooster. Geil. Mach ich. Geil. Tankbooster, sehr wichtig. Und ich würde mir auch einmal Energie gönnen. Jetzt haben wir 150 Energie und wir können, glaube ich, 30er Stacks haben. Oh ja, wir können länger laufen, länger rennen. Finde ich cool. Ah, schön, schön, schön. 1-3 macht, äh, haben wir nicht ganz so viel, ne? Scheiße. Egal, die hohe Mauer haben wir schon. Ich gucke, was wir uns leisten können. Jetzt ist hier alles ausgebrochen und tötet mich sofort. Ich muss Tribut zahlen, warte mal. Ich werde Tribut zahlen müssen. So, damit die auch wieder glücklich sind. Und dann packen wir jetzt hier noch welche rein. Ich bin für die Musik. Ich bin für das Fangnetz. Audio. Sehr gut. So, hier packen wir jetzt einfach drei Stück noch mit rein. 3, 4, 5, 6, 7. Oder? Ich weiß nicht, ob das, ob das sein muss. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube sicher, sicher erst mal, ne? Oh, Legende, 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 Legende. Leute, das gibt Geld. Gibt verdammt gut Geld. Die müssen wir eigentlich füttern ohne Ende. So, naja, gut. Dann lassen wir auf Erkundung gehen, um neue Sachen zu bekommen. Ein Silo wäre schön. Ein Silo wäre richtig schön. So, die verkaufe ich jetzt erstmal noch. Alter, das gibt ja richtig gut Schotter, Alter. So wenig Dinger und so viel Geld. Und zwar von Mochi Miles. Hey, Bär. Hey, Bee. Äh, diese Drohne, die du überall auf der Insel findest, ne? An denen ist irgendetwas seltsam. Hm. Hey, ich habe Augen am Himmel. Und ich werde sie benutzen. Ich bearbeite auch ein, äh, äh, ich bereite auch ein Team von Drohnen vor, um es rüber zu schicken. Uns die Dinge etwas direkter zu untersuchen. Aber ich, äh, schweife ab. Jedenfalls scheint die Drohne super fortgeschritten. Passt außerirdisch. Also dachte ich, okay, da checken ein paar Aliens, äh, die Regenbogeninsel ab. Genau wie du. Aber nein, ich glaube, äh, das glaube ich nicht. Denn sie sieht, äh, den Drohnen, die wir benutzen, sehr ähnlich. Nur, äh, so viel vertrauter für mich. Fast ein Déjà-vu. Irgendwie unheimlich. Hey, keine Angst. Sind vermutlich, äh, vermutlich bloß Aliens. Riesige, dreiköpfige Aliens mit gigantischen Klauen, die nach Menschen suchen, um sie zu fangen. Oder sie zu fressen. Oder beides. Hahaha. Bis später. B. Das, das, das beruhigt tatsächlich. Danke, danke. Ha. Eigentlich ist das Game nur ein Next Level Tamagotchi. Aber eins war sehr beruhigt, ne? Könnte aber auch an dem Blau liegen, weil Blau wirkt ja beruhigend. Damit haben sie wahrscheinlich sehr getrickst. Au, au. So, warte mal. Da ging's lang. Das war die Insel, wo wir gestern... Ne, da waren wir gestern, weil da haben wir ja auch erkundet. Dann lass da mal hingehen. Oder wollen wir erstmal die da unten erkunden? Das wirkt kleiner, weißt du? Überschaubarer. Ja, wir gehen da hin. Ja, wir gehen da hin. Hast mich aber bald so weit, dass ich selber wieder zocke. Das kribbelt schon etwas. Ja, dann, hä? Leg los! Wenn's kribbelt... Warum den Zwang innehalten? Lass alles raus, mal vorn. So, ich sammle schon mal für die zweite Insel. Weil da müssen wir die Bösen beruhigen. Die Bösen beruhigen. Nee, warte mal. Hier bin ich aber... Oh. Die respawnen wieder. Das ist ja mal strong. Ei, von denen? Okay, ja, nehm ich, glaube ich. Haben wir das eine gestern nicht kaputt gemacht? Doch eigentlich schon, ne? Hey, warte mal. Ich hab volles Orientierungsleck. Normalerweise kann ich mich sehr gut in Spielen an die Umgebung erinnern. Aber irgendwie... Warte mal, die gibt's ja auch einen Green. Hä? Die blauen Pilze, die Energie bringen, Leute. Ich muss natürlich... Aber hey, Moment. Moment, Moment. Das kann ich ja sammeln. Warte mal, die können wir ja sowieso mal generell machen. Es gibt ja die Ressourcensammler, die haben wir noch nie benutzt. Pass auf, ich sammle jetzt hier so ein bisschen Stuff und packe das in die Ressourcensammler rein. Wo ist denn hier einer? Da war einer. Was soll ich meinen? Was soll ich meinen? Ein kleines Radar würde ich richtig cool finden in dem Spiel. Hä? Hä? Ah ja, okay. Das geht ja nicht, ne? Ne, ne. Schade. Ich will wieder eins haben, bevor die's machen. So, dann werden wir jetzt spannende Abenteuer auf der anderen Insel erleben. Ich bin gespannt. Achso, warte mal. In 14 Minuten gibt es den nächsten Halloween-Boss. Wo ist denn nebenbei? Wo waren wir jetzt hier? Jetzt bin ich halt doch falsch gelaufen, ne? Scheiße. Ich sehe schon das Erkunden unter dem Wasser. Ich hoffe nicht. Das Unterwasser Erkunden ist mein Kryptonit. Und ich habe letztens mit Carly ein Spiel gesucht, dass ich mit ihr einfach so spielen kann. Offstream. Ohne euch da draußen. Ja, und da haben wir so ein bisschen rumgeguckt. Und dann haben wir Green... Nee, Stranded Deep gesehen. Das kennt ihr hundertprozentig, Stranded Deep. Und dann habe ich halt gesehen, dass du Unterwasser Kämpfer hast gegen irgendwelche komischen Tiere. Megalodon gibt es da. Was weiß ich nicht alles. Habe ich direkt gesagt, nein, das machen wir nicht. Weil das ist mein Kryptonit. Ich habe dich gerettet. Sei dankbar. Ich komme nicht dazu, hier irgendwas zu erkunden, oder? Ich bin gerade der fleißige Ressourcensammer. Sehr rett. Sehr rett. Tfk sammelt sein Leben lang Ressourcen. Alles klar. Boink, boink. Irgendwo hier war der Eingang. Da oben ist es doch. Ah, sehr gut. Sehr idyllisch hier. Ich nehme die... Nehme ich die mal mit? Ich nehme die mal zur Sicherheit mit. Vielleicht fressen die das ja auf der anderen Seite. Jetzt wird es nachts. Das ist blöd. Das ist blöd. Virtuelle Ängste. Ne, 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 ne. Ich will die hier machen. Ich fange erst mal... Ich hasse das, kreuz und quer zu spielen. Ich würde gerne... Wir haben die jetzt gestern besucht. Das heißt, ich würde die jetzt auch gerne erst mal zu Ende spielen. Beziehungsweise zu Ende erkunden. Weißt du, was ich meine? Warte mal. Problem ist, dass wir hier gleich wieder abkoden werden. Und uns in den Ruin treiben werden. Guck mal. Wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich hier. Ah, hier war glaube ich ein Geysir, ne? Wahrscheinlich hier sogar der Punkt. Vielleicht können wir dann da rüberfliegen oder so. Das wäre strong irgendwo. Oh, hier liegt so viel Kohle rum. Oh, nein! Hier liegt so viel Kohle rum. Egal, wir wollten hier lang. Jetzt haben wir hier einmal einen Geysir. Das ist die Frage Nummer eins. Kommen wir einfach so da hoch? Wir müssen das über den Geysir regeln. So, hier geht es gleich Mutationen. Mutations. Guck mal, da ist das. Da ist das, Leute. Aber da komme ich trotzdem nicht hin. Wahrscheinlich... Oh, 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 oh. Ich glaube, dahin ist die Hölle los, ne? Da brauchen wir wahrscheinlich das Chat-Pack für. Ich rette euch hier die ganze Zeit. Ah, guck mal hier. Das ist, das ist chancenlos. Hier ist alles voll von dem Mist. Jetzt habe ich die Steinhühner weggeschmissen. Nein! Die wollte ich doch behalten. Ich habe die Steinhühner weggeschmissen. Lust, du einen Steinhuhn? Nein. Oh ja, der cleart für uns ein bisschen. Du bist ein Steinhuhn. Aber... Du bist kein Steinhühner. Schön, die clear'n für uns. Oh, die clear'n ein bisschen too much, muss ich sagen, ne? Die clear'n gerade... Mann, Mann, das viele. Ah, schön idyllisch. Hier will ich sein. Hier will ich bleiben. Hier ist es fein. Der Kamerade hat sich gerade von alleine verabschiedet. Kann man natürlich auch mal zwischendurch machen. So, was haben wir hier? Ah, guck mal, da können die rein. Da können die baden. Das ist ja cool. Wir suchen immer noch irgendwie die Pelika, ne? Ah, wir haben wieder ein Erz gefunden. Oh, da haben wir ein strahlendes Erz. Oh, strahlendes Erz. Ist da auch strahlendes Erz? Guckt mal. Oh, scheiße. Das will ich nicht. Macht mal euren eigenen Scheiß hier. Ich muss da trotzdem nochmal hin, weil ich gucken will, ob da... Okay, gut, ich bin weg. Tschüss. Die Slimes sind echt dumm, ne? Ich werde schon überleben. Ist hier irgendwas Neues, Cooles? Nö. Nein, 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 nein. Leute, die sterben hier drinne. Ist das heilend... Das ist heilendes Wasser, ne? Die sterben einfach hier drinne. Wie cool ist denn das? Wir haben einen Wasserfall. Ich glaube, da wird's böse. Das ist ja cool. Da kam ein Flederslime! Da kam ein Flederslime aus der... Oh, cool! Aus der Kiste! Aber der ist bestimmt nachtaktiv, ne? Da müssen wir wieder in der Höhle am besten bauen. Flederslime! Oh, wie cool! Einfach da rausgekommen! Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen die App jetzt immer auf jeden Fall zu 100% alle öffnen. Wow! Warum ich? Wow! Warum ich? Ah, doch, jetzt will ich. Jetzt will ich freiwillig. Komm! Ja, strong! Okay, hier... Ich glaube, da müssen wir eher hoch, ne? Wann mal? Mal gucken, ob wir da hochkommen. Oh ja! Wild! Ach, krass! Okay! Das ist cool! Das ist cool! Deswegen haben wir die anscheinend bekommen. Das ist cool! Gut zu wissen! Aber hier gibt es an sich gar nichts, ne? Ich glaube, das ist wirklich nur, um da hinzukommen. Ich will das noch nicht machen ohne Jetpack. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder zurück... Na doch, das schaffe ich. Warte! Und hier... Yippala! Sehr gut! So, und die Frage, wo komme ich hier hin? Wo bin ich hier? Oh mein Gott! Hier ist aber ein... Spawner eigentlich. Aber hier ist gerade nichts. Die brauche ich hier jetzt gerade gar nicht. Seid noch sann! Oha! Zwei Stück? Kann man die abonnieren? Nee, die kann man nicht abonnieren. Ja! Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Ah, das habe ich... Wow! Geht es irgendwo hin, wo ich nicht hin möchte? Da können wir hin. Da ist solide alles. Da gehe ich drauf. Was seid ihr? Ihr seid die... Was seid ihr? Seid ihr ganz normal? Scheiß drauf! Oha! Stecke einen in deine Stiefel und es wird dir nie zu warm. Fühlt sich aber komisch an. Ja, moin, hä? Nehme ich. Ich nehme euch gerne. Und wir haben wieder eine schöne Kapsel bekommen. Wegtank. Wird am Fabrikator benutzt, um den extra Tank des Weckpacks aufzurüsten. Cool. Strong einfach. Strong, solide Geschichte. So, ich würde ja sechs, äh, sieben Stück davon mitnehmen. Oh, nein. Dafür müsste es ein Teich bauen. Na ja, okay.